So, auf geht's. Ab geht's da rüber. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Nice. Die Pause ist vorbei. Verstanden. Verdammt schnell! Nicht nachlassen! Ich hab Angst. Ich hab Angst. Es bringt aber nichts. Bringt es zu Ende. Wir schaffen das. Ich muss noch im richtigen Moment angreifen, oder? Warte mal. Achso, das war... Ich bin so schlecht. Ich kann das einfach nicht. Ich kann Spiegelung aufreißen. Das ist wirklich nicht meins. Komm. Noch mal angreifen, wenn er angreift, ne? Wenn er Fuß schlägt. Ich check's nicht. Komm, hier. F1. Nicht F. 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 Okay, gut. Oh. Halbes Leben verloren. Scheiße. Oh, Mann. Hey! Hast du was gefunden, BD1? Toll, ne Lackierung. Wahnsinn. Ich weiß nicht, was Mantis ist. Heißt der Mantis? Nee, der heißt ja BD1. Ist das so schön? Keine Ahnung. Nur das Lenken, da kann man wahrscheinlich auch noch runterfallen, ne? Zeitfreit im Stim. Viel besser. Ja, von Stim beim Wutschen nehmen. Boah. Scheiße. Ich muss... Oh, Mann. Hier hat er... Okay, jetzt ist es nicht mehr lustig. Let's go! Ich hab was gefunden. Was wissen Sie? Nichts von Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Noch. Und drüber. Ich sehe nichts. Ah! Markier ihn doch. Oh, hat er angefangen so lange. Ah! Scheiße. Okay, okay. Ach so, ausgefahren ist auch schon gut. Dann sehe ich auch schon genug. Dann muss ich nicht so... Wieder was gelernt. Und ich laufe wie so Depp hier so rum. Und Jusas als Taschenlampe. Wie so ein Idiot. Oh, Mann. Manchmal denke ich so, ich hab einen übelst krassen Einfall. Und... Ja. Was war ein Einfall, aber... nicht in seiner besten Form. Stimmt. So rumlaufen. So rumlaufen reicht auch schon. Obwohl jetzt ist es nicht so hell, ne? So ist Hannah. Jetzt ist es so nicht so hell. Real Talk. Hä? Bescheuert oder so? Ich bin nicht bescheuert bei der Untersuchung. Das ist interessant. Wir sind hier richtig. Das war die Untersuchung. Das scannt er da nicht eigentlich? Er macht das nur beim Scannen. So. Ich würde schon sagen, da in die Mitte treffen ist vielleicht ein bisschen... Hä? So, erstes Dingern. Scan. Das haben wir hier. Ich komm nicht durch. Danke dir, Digga. Alter. Da. Ja, das hat sich verwutet, dass man so in die Mitte springen muss einfach. Das war nicht. Kann man. Kann man. so ausruhen? Ja, kann ich machen. Vor mir war ich ja noch nicht. So, ich hab aber... Feinpunkt. Hm. Dann rute ich aus. So, ich geh erstmal ganz safe hier runter. Das ist nämlich noch was. Da ist noch so ein Ding. Sind die verbunden? Bitte lass mich nichts machen müssen. Ich möchte nichts machen. Ich spiele mal ein Spiel und sage, ich möchte nichts machen. Das ist so funny. Ich möchte einfach nur die Basics machen. Dafür spiele ich Spieler. Die Basics. Mit Story-Spieler. Da unten geht's rein, da geht's aber hoch. Ich geh bei's mal unten. Aha! Richtig gemacht. Hey. Hast du was gefunden, BD1? Ich lese es gar nicht mehr vor. Ich geh da gar nicht mehr drauf ein. es ist immer noch kosmetisch wenn was geiles ist dann streich ich habe kurz du kollege ja ich bin ausgepüftet den skippt er mir mit den füßen du assi aber ich muss keine gegner das finde ich super bin ich ja so geil oder auch am besten bin ich auch nicht so ist noch zum teil willst du da nicht noch eingehen das ist die seite euch hat gut gemacht erst in die richtung dann in die andere richtung ich habe es richtig gut so stolz ich nicht hier ist nichts aber ich ist noch so eine plattform ich hoffe ich muss nichts machen okay das stelle ich nicht weil nicht zurück bd1 hier ist noch einer kann ich den überhaupt attackieren richtig gut holy shit aber hier ist was denn eine blume gibt es nicht mehr wir sind recht niedlich ach hier die pflanze für die für das terrarium oder so blauer 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 planetarien da geht es auf jeden fall weiter da könnte es nicht ich habe keinen plan wie es weiter geht das wäre schlecht ich kann so eine wand da das steht quasi aufgeschrieben da da hoch guck mal wie kraftvoll das hier so ist gar nicht warte mal okay nevermind denn was blöb 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 Die wir bis jetzt entdeckt haben. Trotzdem denken, könnte ich das Vorgano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Seine Visionen folgen den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen. Ja schön, ich bin jetzt hier. Guten Tag, so jetzt kannst du mich kaputt wollen. Willst du auch nicht. Nicht mal das. Ja Bruder, äh. Achso, jetzt geht's weiter. Oh, jetzt geht's weiter. Wer braucht so lange, um... Also man geht hier rein und da muss man nix machen. Dann dauert es aber ewig, bis es weitergeht. Ich check sowas nicht. Ich kann trinken. Ich kann schütteln. Elixiertischen. Ich finde, es riecht auch immer komisch. Ich weiß nicht, was das sein soll. Deswegen bestelle ich auch kein Digital Thermo oder Nuklear. Da steht ein Panthersie-Geschmack. Oh, ja, was ist ein Panthersie-Geschmack? Keine Ahnung. Ich stelle jetzt irgendwie so Marshmallow-mäßig was drunter vor oder so. Und das wäre dann auch eigentlich Marshmallow-Geschmack. Ich bin im Kratz. Das ist riesig. Imperial? Ein Anzeichen hier unten. Was ist mit Cordova? Ich weiß nicht genau, wonach ich suche. Er ist, äh... Exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. Ich habe hier nochmal gewartet, wenn ich, dass die Kugel nochmal ein bisschen braucht, weil sie eine krasse Leitung hat. Was ist das? Verdammt, nochmal. So, okay, okay. Da ist noch so eine Kugel. Wir gucken mal. Ich nenne dir jetzt hier Kylo. Los, Kylo. Ah, Feini. So, komm mal hier ran. So, kann ich dich jetzt doch anfühlen, wahrscheinlich. Spiel Riesengolf. Meine Riesengolf, ich fälligst. Okay, verlangsam. Bringt nichts. Gegenspringen ja halt auch nicht, ne? Und dem Vorschlag anzuwenden auch nicht. Aber... Ich glaube, das bringt was, oder? Nicht irgendwas vergessen. Nein. Nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Eklig. Ja, und jetzt? Okay, nicht verzagen. Ah, hier geht's durch wieder. Oh, Gott. Ich dachte jetzt schon wieder, was geht ab. An so einer frühen Stelle kann ich noch nicht verzweifeln. Ich brauche eine Schusswaffe. Äh, ich brauche eine Schusswaffe. Was soll das denn? Escape. Vermeide jeglichen Kontakt und bewege dich vorsichtig. Wie schleiche ich denn? Wie schleiche ich denn? Okay. So, wir gucken in die Steuerung. Sprengen, Ausweichen, Machtangriff. Interagieren, Ziel wählen. Ziel wählen? Das habe ich hier gar nicht. Das geht auch gar nicht, okay. Achso, da habe ich zwei verschiedene. Okay, cool. Theorideninteraktion. R. Ja, ach, es wird das ja scannen. Heilen. Sprinten. Einzelklinge. Das habe ich auch noch nicht. Oder ich habe noch keine Doppelklinge. Ungebunden Doppelklinge. Ähm, Schuh. Das habe ich aber noch nicht, oder? Äh, nee, nee. Nein, nein, nein. Ich will es gar nicht wissen. So. Kante. Hä? Ich habe hier nichts. Wie kann ich mich denn? Also einfach nicht rennen könnte ich anbieten. Mehr kann ich aber nicht anbieten. Einfach nicht rennen. 1, 2, 3 habe ich noch nicht. Okay, cool. Langsam, langsam. Vorsichtig, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wo möchte ich jetzt lang? Darunter. Ich möchte aber nicht auf da... attacke okay man kann ein bisschen wenn man nicht rennt muss man eigentlich selbst sein aber vielleicht auch nicht unbedingt drauf landen jetzt muss ich wieder gucken jetzt schon wieder schaffe ich das muss ich habe nicht viel zur auswahl es gibt leute die sagen sie haben das spiel durchgespielt es muss also hier noch möglich sein zu gewinnen ich würde mich jetzt umdrehen da spring hier ein bisschen weiter runter aber ist nicht oder muss ich hier auch nicht dass es runter geht was soll ich denn da unten so geht es denn hier lang so da oben nicht dein ernst okay kann ich hier durch so hä wieso ist das ziel umgesprungen der weicht ja besser aus als ich weiche zu den gegnern hin aus so hier sind kugel auch toll wahrscheinlich jetzt also ich könnte entweder hier durchgehen ich verstehe ich verstehe das ist nicht schlecht jetzt jetzt schnell das heißt hier go hier Nicht nur der Wind zieht durch die Glocken. Stimmen. Von früher? Okay. Weil da die Kugel ist, da wird jeder Spieler hingehen, haben die direkt gesagt, okay, drückt mal den Schalter, den werden sie alle drücken, und dann geht da das Ding zum Collector auf. So, und wie funktioniert das Ganze jetzt hier? Das ist ein Mechanismus, und zwar... Macht doch einfach alle an! Ne, man muss den da anmachen, ne? Ja, same. Ja, der muss auch an sein, damit er in die Mitte geblasen wird. Jo. Nach Hinweisfragen? Nein. Wo ist die Kugel vor dem mittleren Wind schafft? Vor dem mittleren Wind schafft. Ja, richtig, das ist korrekt. Und zwar muss ich dann beide hier aufmachen. Ich glaube, es ist hart. Der mittlere Wind darf wohl noch nicht sein. Das ist, glaube ich, zu viel für die Kugel. Komm erst mal in die Mitte. So, genau. Pendel dich erst mal aus. So, jetzt haben wir es. Schön. So, hier ist eine Entdeckung. Die würde ich gerne machen. Wir fanden Rituale der Sepho statt. Sie haben hier Machtnutzer trainiert. Oh, ich hab quasi mein Ziel erreicht. Ich hab, äh, ein weiteres Drittel für maximale Macht. Okay, dann guck ich mal, wo es jetzt weitergeht. Jetzt hab ich hier mein, meine Sense. Oh, zweiter Raum, ne? Boah. Wieder so tief. Oder zweit. Wer weg? Ah, lecken sie mich. Also nicht, eigentlich. Boah. Da springen sie nicht weg. Das ist doch scheiße. Da muss ich zu ihnen hin ausweichen. Das kann ich nicht mehr ausweichen. Oh, da. Los, let's go. Ja. Auch wieder Kugelspiel, würde ich sagen. Rot. Ja, das sieht aus wie die Kugel. Und rot. Ich hab sie nur in Bewegung gesetzt und jetzt scheppert sie mal richtig durch. Wird die langsamer oder bleibt das so? Ich glaub, das bleibt sogar so. Weil es gibt jetzt gleich einen richtigen Krieg. Hier springe ich mal gegen. So, nehm ich mit. Das hat sehr gut funktioniert. Das reicht nicht. Niemals. Ne. Gut, dann muss ich die Kugel verpinden. Na dann. Ne, zu viel Kugel. Ach, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Langsam und schön von der seite dran springen. Und dann noch eh zum besten drücken. Und vorne will ich. Ja. Ehe zum Festhalten. Gucken wir das von mir oben erstmal an. Mhm. Kugel. Da ist ein Loch. Großes Kugelspiel. Ach, mir liegt hier auch erstmal. So, Fähigkeiten. Diesmal war. Jetzt hab ich was. Ähm, ich kann nur eine Sache machen. Daher ist das eine relativ einfache Entscheidung. Drücken und Erfalten hab ich jetzt quasi. So schön. Und ausruhen auch nochmal. Oh, da ist wieder eine Tür. Da komm ich nicht durch. Ne, da ist... Wenn, du sollst nicht mehr so sagen. Ähm, ne, wer steht da hinten? Das sieht gefährlich aus. Das könnte aber auch ne Statue sein. Ich bin mir sicher. Es ist wahrscheinlich eher ne Statue. So, ich mach aber erstmal das hier. Bevor ich da hochgehe. Immer erstmal mal dorthin, wo man... Ja. Wo man zuerst ist. Bevor ich das mit der Kugel mache, kunde ich hier mal... Ich möchte wissen... Ich möchte wissen, ob der Crash ist. Okay. Bin ich richtig ausgewich'n? Also, ich bin zwar mit Jump und ausgewich'n, aber ich hab's geschafft. Ich hätte den bestimmt auch mit der Kugel killen können, oder? Aber ich hab's auch gemacht. Das findet hier ne Plattform aus. Ihr könnt ja wieder festhalten. Ich bin schon... Ich bin schon... Die Kameraführung war einfach... Zum? Danke? Eh? Was bestimmt hier so? Nee. What's fuck? was vielleicht mal rein ausweichen jetzt sagen nicht ich kann auf den wind verlangt sein dass wir passen ich guck dir die umgebung an umgebung sagt kletter doch mal hier hoch oder geht zurück ich gehe mal zurück wenn das geht er geht nicht muss ich mich erst mal ein bisschen umgucken ein paar minuten stimmt auch